Das neue Polizeiaufgabengesetz schießt weit über das Ziel hinaus. Es erlaubt die Überwachung, die eigentlich für Terroristen und Gefährder gilt, auch für jeden. Für dich, für mich, für uns alle. Und deswegen wird es wichtig sein, dass wir dieses Gesetz des Ministerpräsidenten Söder aufhalten, dass wir das stoppen, dass wir nicht zulassen, dass wir einen Überwachungsstaat bekommen. Und deswegen bitte ich alle, kommt am 10. Mai nach München zur Demonstration. Das ist extrem wichtig.